Unsere Aktion heißt Hildritshausen sucht Talente und einige Talente haben wir schon gefunden. Herzlich willkommen auf dem Kirchturm der Nekomediskirche in Hildritshausen. Er muss saniert werden und das kostet richtig viel Geld. Viele Gruppen und Vereine engagieren sich schon, um Geld für den Kirchturm aufzutreiben. Aber es gibt auch Einzelpersonen. Was können diese Einzelpersonen tun? Da möchte ich Ihnen heute einige Beispiele nennen. Unsere Aktion heißt Hildritshausen sucht Talente. Und einige Talente haben wir schon gefunden. Leute setzen ihr Talent dafür ein, das was sie gut können, um für den Kirchturm etwas auf den Weg zu bringen. So hat zum Beispiel eine Frau aus der Gemeinde diese netten Engel gemacht und hat sie verkauft auf dem Gemeindefest. Und bei anderer Gelegenheit. Und so sind einige hundert Euro für den Kirchturm zusammengekommen. Wieder andere haben Quittengelee hergestellt und in Gläste verkauft. Andere haben Apfelsaft gespendet, der für den Kirchturm dann auch verkauft werden kann. Eine Familie haben wir in Hildritshausen. Die sind Spezialisten für Schattentheater und machen richtig wunderbares Schattentheater. Haben einige Aufführungen gemacht und alles was an Spenden dafür von den Leuten gegeben wurde, haben sie dem Kirchturm, der Kirchturmsanierung gewidmet. Jemand anders hat seine Kraft eingesetzt und Fenster geputzt und das Geld auch für den Kirchturm gespendet. Und wieder jemand anders hat Fahrräder repariert, was er ziemlich gut kann. Und hat alles was dafür gegeben wurde, an den Kirchturm weitergeleitet. Wunderbare Ideen. Wir suchen noch mehr Leute, die sich einsetzen für den Kirchturm und die Sanierung. Zum Beispiel suchen wir noch jemanden, der Sachen in Eberhe verkauft und das ziemlich gut kann und gerne tut. Die Sachen haben wir, aber wir brauchen jemanden, der es macht. Wenn Sie eigene Ideen haben, sind Sie herzlich willkommen. Melden Sie sich bei unserer Koordinatorin, der Frau Förster. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Internetseite www.turminnot.de Wir von der Kirchengemeinde helfen bei der Werbung. Und dann können Sie Ihr Talent einsetzen für den Kirchturmen Hildritshausen. Alle weiteren Infos auf unserer Homepage www.turminnot.de Machen Sie mit!